Sie hören Bad Influence von Stephanie Hasse, gelesen von Viola Müller. Sie hören Bad Influence von Stephanie Hasse, gelesen von Viola Müller. Sie hören Bad Influence von Stephanie Hasse, gelesen von Viola Müller. Schon der Tag davor war prall gefüllt mit Trainings- und Theoriekursen. Ich fühle mich so fertig, als hätte ich den ganzen Tag das Training der Sportstudenten absolviert, dem Großteil meiner Kunden im Center. Dabei studiere ich Sportwissenschaften. Zu perplex, um direkt zu antworten, blinzle ich Lola nur völlig überfordert an. Sie schiebt mich durch den schmalen weißen Flur vorbei an den gigantischen Pop-Art-Originalen und der Büste irgendeines Typen, den wir gleich nach unserem Einzug hier Stoney getauft haben. Selbst ein Semester später wissen wir immer noch nicht, wen er darstellen soll oder warum Lolas Innenarchitektin es für eine gute Idee hielt, ihn in unserem Flur aufzustellen. Er gehört eher in ein Museum, nicht in das neu gebaute Studentenwohnheim der University of Miami. Erst als wir im Wohnzimmer landen, haben sich mein Puls und meine Atmung wieder normalisiert und ich bin in der Lage zu sprechen. In sechs Monaten, bei meinen Eltern in Minnesota, erwidere ich, was mehr nach einer Frage als nach einer Antwort klingt und dafür sorgt, dass Lola laut schnaubt. Ihre hellbraunen Augen funkeln vergnügt unter dem dunkelbraunen Pony hervor. Falsch! Ich habe viel bessere Pläne für uns und es wird so episch werden! Sie drückt mich auf unsere viel zu große Couch und lässt sich mir gegenüber fallen. In ihrem Rücken jenseits der Fensterfront hinter der gigantischen, dunkelgrauen Sofa-Landschaft spiegelt sich die untergehende Sonne im campus-eigenen Lake Oceola und sorgt für Lichtblitze in meinen Augen. Ähm, und wie sehen diese Pläne aus? Bringe ich irgendwann hervor, noch immer total überrumpelt. Lola streift sich langsam die Haare über die Schulter und richtet sich auf. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Angst davor haben soll, was sie gleich sagen wird. Wir gehen auf die einwöchige Jungfernfahrt auf dem neuesten Luxus-Kreuzfahrtschiff meiner Familie. Unwillkürlich sehe ich zu unserer Kinoleinwand hinüber, auf die ein Beamer, der in der Decke eingelassen ist, mindestens einmal im Monat die dramatischste Jungfernfahrt der Welt wirft. Titanic ist Lolas Lieblingsfilm, was an Leonardo DiCaprio liegt, wie sie mir immer wieder versichert, und nicht an ihrem offenbar mit der Muttermilch aufgesogenen Fable für gigantische Schiffe. Ihre Familie ist mit Luxusschiffen der Extraklasse reich geworden. Und soweit ich weiß, veranstaltet Price Corp die einzigen Kreuzfahrten, die sich praktisch kein Normalsterblicher leisten kann, ohne seine Familie für Generationen in Schulden zu stürzen. Also nichts für Menschen wie mich. Nein, danke, lehne ich ab, die Abscheu der reichen Upperclass-Typen der oberen Decks der Titanic vor Augen, mit denen sich Leonardo DiCaprio herumschlagen musste. Darauf kann ich gut verzichten. Das ist nichts für mich. Oh doch, das wird ein richtiges Event werden, ganz ohne die typischen Gäste. Dann sieht sie über mich hinweg und brüllt laut, Jonah, ich brauche wohl doch deine Hilfe. Ich folge ihrem Blick zu unseren Schlafzimmern auf der Galerie. Eine der weißen Türen öffnet sich und ein nicht nur mir allzu bekanntes Gesicht verlässt Lolas Schlafzimmer. Jonah Price stützt sich lässig auf dem gläsernen Geländer der Galerie ab, von der eine offene Treppe nach unten führt, und knipst sein 1000-Watt-Lächeln an. Tara, das ist mein Bruder Jonah, stellt sie mir.